Sehe ich das richtig, dass zehntausende Menschen in den letzten Wochen in Italien nicht bei der Beerdigung ihrer nächsten Angehörigen dabei sein konnten, aus Angst, dass sich das Killer-Virus weiter verbreitet, nur damit jetzt an einem einzigen Tag Hunderttausende für eine Demo auf die Straße gehen können und damit alles wieder zunichte machen? Sehe ich das richtig, dass Menschen ihre Herz-OPs monatelang verschieben mussten, dass sie mit ihren Schlaganfällen nicht ins Krankenhaus gingen, nur damit das jetzt alles an einem einzigen Tag, an dem in zig Städten weltweit Leute dicht an dicht protestieren, über den Haufen geworfen wird? Sehe ich das richtig, dass in den letzten Monaten Kinder nicht in die Schulen konnten und jedes zehnte Kind in der Quarantäne häusliche Gewalt erlebt, dass wir alle Masken tragen müssen, dass mehr als sieben Millionen im Mai wegen Corona in Kurzarbeit waren, damit das jetzt alles an einem einzigen Tag zunichte gemacht wird. Und versteht mich nicht falsch, ich bin der größte Verfechter des Rechts auf Demonstrationsfreiheit überhaupt. Aber dann soll man sich doch bitte entscheiden. Also entweder ist hier gerade ein Killer-Virus unterwegs und wir können damit die heftigsten Auflagen begründen und brauchen die auch, oder wir lassen dies zu und solche Bilder und lassen das hier gewähren. Da sehe ich nicht viel von Abstand, Social Distancing, nicht jeder trägt da eine Maske. Es wird da laut gerufen, es wird gesungen, es gibt auch keine Kontaktverfolgung, soweit ich das gesehen habe. Ist das euer Ernst? Das ist jetzt auf einmal okay, während wir in den letzten Wochen so viele Opfer auf uns genommen haben. Während man so uns erzählt hat, wer demonstrieren geht, der ist unsolidarisch, ein Großmuttertöter, ein Spinner, Wirrkopf, ein Verschwörungstheoretiker. Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Sehe ich das richtig, dass noch in den Wochen zuvor der Imperativ, das einzige Narrativ war, die Alten schützen, die Risikogruppen, stay at home, wer das nicht macht, ist unsolidarisch, wer das anzweifelt, der ist ein Nazi, die Covidioten, ja, wer auf eine Corona-Demo geht, der darf sich das alles anhören. Aber jetzt ist das auf einmal alles egal, das gilt alles nicht mehr, es wird großzügig darüber hinweggesehen. Was war nochmal die Definition eines Covidioten? Hier bekommt der Begriff Herdenimmunität eine ganz neue Bedeutung. Sehe ich das richtig, dass wir zwei, drei Monate lang das ganze Land, ganze Wirtschaften, ganze Gesellschaften geschlossen haben, das öffentliche Leben lahmgelegt, Schulen, Unis, Bibliotheken, Theater, nur um das jetzt alles mit einem einzigen Tag zunichte zu machen, zu riskieren. Man hat weltweit Armut und Massenarbeitslosigkeit in Kauf genommen, ja, auch von Schwarzen, kümmert das einen der Black Lives Matter Protestierenden, die mit ihrem Verhalten genau das tun jetzt, was noch vor ein paar Tagen als schlimmer als Dieselfahren angesehen wurde. Hunderttausende von Menschen auf engstem Raum, rufend, schreiend, tanzend, die Luftviren geschwängert und das ist jetzt auf einmal alles okay. Wenn man das Ganze mit der Pandemie ernst nimmt, dann muss man davon ausgehen, dass mit diesem einen Mal die ganzen Maßnahmen zunichte gemacht worden sind. Infektionszahlen werden nach diesem Wochenende in die Höhe schnellen, in 14 Tagen. Dass die Städte, in denen die Black Lives Matter-Demos so stattfanden, zu den neuen Hotspots werden, sehe ich das richtig, dass in Göttingen gerade Quarantänebrechern damit gedroht wird, in eine geschlossene Einrichtung eingewiesen zu werden, man aber es riskiert, dass an einem Tag zahllose weitere riesige Hotspots entstehen. Und die zweite Welle, ja, die wird dann Trump wahrscheinlich in die Schuhe geschoben oder Attila Hildmann oder gleich dem Rassismus, wie Benjamin Bauer, ein Politiker von den Grünen, das gesagt hat. Sollten durch die Demos neue Corona-Fälle auftreten, gehen sie aber auf die Rechnung des institutionalisierten Rassismus, weil der die Menschen ja auf die Straße treibt. Das war natürlich wissend. Nochmal, ich bin für die Proteste. Ich bin für Proteste gegen Rassismus. Gegen Rassismus zu protestieren ist richtig und wichtig. Ich bin für die Proteste, aber ich bin nicht für Doppelstandards in der Politik und in den Medien. Demos gegen Rassismus, ja, die soll man tun. Aber sie sind vielleicht gerade nicht so dringend, wenn man das ernst nimmt. Sie entzünden sich zwar an der Tötung, an der gewaltsamen Tötung von George Floyd, aber es wird ja protestiert gegen ein langfristiges, ein systemisches Problem, das zudem nicht neu ist. Ja, vielleicht kann das auch noch ein bis zwei Monate warten, wenn man es ernst meint mit Corona. Die Corona-Demos, Hygiene-Demos und so weiter, die waren gegen die Aussetzung des Grundgesetzes. Ja, die waren dringend, die waren auf diesen Anlass bezogen. Das kann man nicht im Herbst machen. Gegen Rassismus kann und von mir aus soll man jeden Tag demonstrieren und auch in anderen Formen das machen. Und dann kann man das auch im Herbst machen. Und die Demos gegen Corona richten sich mit konkreten Forderungen an die Regierung. Die Demos gegen Rassismus, die richten sich an wen? Und was fordern sie? Ja, die Polizei abschaffen, den Kapitalismus abschaffen, die Gefängnisse abschaffen. Das muss ich jetzt ganz selbstkritisch zugeben. Das verstehe ich nicht, weiß ich nicht, geht nicht in meinen Kopf rein. Kann man einer Krankenschwester noch krasser ins Gesicht spucken als damit? Vorher haben wir noch alle geklatscht, jeden Abend für die Krankenschwestern und das medizinische Personal. Und jetzt macht man das alles mit einem Tag zunichte? Kann man einer alten Frau mit Vorerkrankungen noch krasser ins Gesicht spucken als damit? Jetzt interessiert uns dein Leben, deine Gesundheit einen feuchten Dreck. Jetzt bist du wieder die Nazisau, die Umweltsau. Wenn man das jetzt weitgehend unkontrolliert und unkommentiert durchgehen lässt, wie es aussieht in den Medien, in der Politik, dann ist eines klar. Das war alles eine riesengroße Verarschung. Über die Corona-Demonstrationen hieß es ja, das ist unsolidarisch, gefährlich, egoistisch. Das sind Demos der Rücksichtslosigkeit. Man solle sich doch mit der afroamerikanischen Bevölkerung und den prekär lebenden Menschen in den brasilianischen Favelas, die ja viel wahrscheinlicher als wir dieser Krankheit zum Opfer fallen werden, solidarisch zeigen. Ja, soll man machen. Oder man hat gesagt, die Demos gehen auf Kosten von doppelt belasteten Frauen im Homeoffice mit kleinen Kindern und kleinen Wohnungen. Ja, okay, aber wenn man das ernst nimmt, ist das jetzt von einem Tag auf den anderen alles vollkommen egal? Also es gibt nur diese drei Möglichkeiten. Entweder sind euch die afroamerikanische Bevölkerung und die prekär lebenden Menschen in den brasilianischen Favelas und die doppelt belasteten Frauen im Homeoffice mit kleinen Kindern und kleinen Wohnungen und die Omas und Opas und die Risikogruppen wichtig und ihr glaubt an Corona, dann bleibt gefälligst zu Hause und protestiert digital oder wartet noch ein paar Wochen. Oder zweite Möglichkeit, ihr glaubt nicht an Corona. Dann solltet ihr euch aber auch den Corona-Leugnern anschließen und für die Lockerung der Maßnahmen demonstrieren, denn die bringen vielen Armen in der Welt noch mehr Leid, unnötiges Leid dann. Oder die dritte Möglichkeit, euch sind die anderen Menschen grundsätzlich egal und ihr interessiert euch nur für euch selbst. Wie ihr dasteht, wie man von euch denkt, wie tugendhaft ihr seid und was für gute Menschen. Eine dieser drei Möglichkeiten ist es. Das könnt ihr wahrscheinlich nur für euch selbst beantworten. Und hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist Corona gefährlich, dann müssen solche Demos unter strengsten Auflagen stattfinden und bei Zuwiderhandlung aufgelöst und die Veranstalter bestraft werden. Oder Corona ist nicht gefährlich. Dann muss alles wieder geöffnet und gelockert werden. Und man muss über politische Konsequenzen nachdenken. Ihr entscheidet. Und weil wir schon gerade dabei sind, da George Floyd positiv auf Corona getestet wurde, gibt es hier auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder Floyd ist an Corona gestorben, dann ist es aber kein Fall von institutionalisiertem Rassismus. Oder er ist mit Corona gestorben. Und das ist ja auch der Fall. Aber dann müssen auch alle anderen Corona-Toten neu gezählt und neu eingeordnet werden, womit die offizielle Statistik doch ganz anders aussähe. Und auch in Frage steht, ob die Maßnahmen dann noch gerechtfertigt sind. Also, sehe ich das richtig? Wir befinden uns laut Angela Merkel immer noch am Anfang der Pandemie. Aber 50.000 Leute hier und 50.000 Leute da dicht an dicht auf einem Haufen ist okay. Sehe ich das richtig? Die Kirchen durften wochenlang keine Messen abhalten und Fronleichnamsprozesse werden derzeit abgesagt. Aber 50.000 Leute dicht an dicht auf einem Haufen ist okay. Immerhin, Jens Spahn hat sich besorgt gezeigt. In einer Meldung. Karl Lauterbach in einem Tweet. Tja, Berlins Gesundheitssenatorin hat zu mehr Verantwortung aller bei Demonstrationen in der Corona-Krise aufgefordert. Immerhin. Aber sonst? Schweigen im Walde. Niemand von denen, die sich vorher so groß aufgeregt haben, hat es gewagt, hier mit gleichen Maßstäben zu messen. Hat die Polizei etwas getan, wie bei den Hygienedemos? Ähnliches haben sie Leute abgeführt, Personalien festgestellt? Auch zu Rangeleien und zu Festnahmen. Hat am Samstag eine Demonstration aufgelöst. Teilweise gegen den Widerstand der Teilnehmer. Polizei schritt ein, weil mehrere Demonstranten nicht den vorgeschriebenen Abstand von mindestens anderthalb Metern zur nächsten Person eingehalten haben sollen. Eigentlich verboten. Das ist nicht so. Man wollte die Demo nicht auflösen, weil das Infektionsrisiko zusätzlich erhöht werden würde, heißt es. Ja, einfach weil es zu viele waren. Und das ist die Definition von Mob Rule. Die Lehre daraus ist, wenn du nur eine ausreichend große Menge für deine Zwecke organisieren kannst, dann kriegst du alles durch. Dann kriegst du eine Freikarte für alles. Und damit ist alles entlarvt. Dass eure vorige Solidarität nur Heuchelei war. Vorgeschoben, weil es gut klingt. Ein einfaches Mittel ist, eure Gutheit zur Schau zu stellen. Seht, wie gut wir sind. Wir denken an die Alten. Wir sind solidarisch. Ja, das ist ein einfaches Mittel. Und es ist auch ein einfaches Mittel, alle auszugrenzen, die das kritisch gesehen haben. Verschwörungstheoretiker, Spinner, Wirrköpfe. Das ist einfach. Und jetzt ist das auf einmal alles obsolet. Und das zeigt, dass ihr nie wirklich daran geglaubt habt. Dass ihr sofort bereit seid, das alles gegen ein noch probateres Mittel für eure Tugend Heuchelei aufzugeben. Niemals hättet ihr euch vorher gewagt, das Social Distancing aufzugeben. Ihr habt die Polizei gerufen, das Ordnungsamt, wenn Leute irgendwo im Park grillen oder zu nah nebeneinander stehen. Oder wenn Menschen ohne Maske in der U-Bahn sitzen. Ja, wenn Kinder auf dem Spielplatz gespielt haben, dann habt ihr die Blockwarte gespielt. Ihr habt weggesehen, wenn Leute ihre Jobs verlieren. Wenn es heißt, Drohnen werden uns jetzt überwachen. Tracing-Apps werden eingeführt. Und über Immunitätsnachweise wird nachgedacht. Ihr habt weggesehen, wenn die Gefahr besteht, dass unser Land in eine Dystopie aller 1984 verwandelt wird. Und ihr seht jetzt weg. Wenn Teilnehmer eurer Bewegung plündernd, marodierend durch die Straßen ziehen, Geschäfte zerstören, Lebenspläne zerstören, stehlen, verlassen ja sogar Morden. Die Tötung von David Dorn oder die Krawalle in Neukölln. Und ihr seht auch weg, dass Schwarze stärker betroffen sind von Corona. Das interessiert euch jetzt nicht mehr. Hauptsache, ich kann zeigen, dass ich gegen Rassismus bin. Und damit ist alles entlarvt, dass ihr nie wirklich daran geglaubt habt. Und dass auch die Politik gar nicht wirklich willens ist, alles dafür zu tun, dass sich das Killer-Virus nicht weiter ausbreitet. Es ging niemals um Gesundheit oder um Wissenschaft oder gar um Erkenntnis, um Wahrheit. Sondern immer nur um Politik oder um Ideologie. Es ging darum, auf der Seite der Guten zu stehen. Eine eigene Agenda zu pushen. Wenn Corona in die eigene Agenda passt, dann heißt es Abstand halten. Stay at home. Wenn Black Lives Matter noch besser passt, kommt alle zusammen. Scheißt auf Abstand und Beschränkungen. Was ist das überhaupt für eine Ideologie? Wenn alle großen Kooperationen auf eurer Seite sind und den gewaltsamen Protest unterstützen, ist das dann wirklich noch links? Ist das noch antikapitalistisch? Oder seid ihr nur nützliche Idioten? Also es ist Heuchelei, diese Doppelstandards. Es gibt gute Demos, schlechte Demos. Und es gibt für einige Dinge auch gar keine Demos. Aber das ist schon eine Ironie, oder? Dass die Corona-Rebellen, die Corona-Leugner genau für die Demonstrationsrechte derer gekämpft haben, die jetzt auf die Straße gehen für Black Lives Matter und gegen Rassismus. Man musste sich das im März und April nämlich erst mühsam erkämpfen und vor dem Verfassungsgericht einklagen, dass man diese Veranstaltungen trotz der Maßnahmen machen darf. Und das hat man jetzt erkämpft. Und nächstes Mal, wenn ihr diese Leute als Spinner und Egoisten bezeichnen wollt, dann denkt daran, dass sie genau für eure Rechte gekämpft haben, jetzt auf die Straße gegen Rassismus zu gehen. Für euer gutes Recht, das ich unterstütze. Für das Recht an diesem Wochenende gegen Rassismus und an allen anderen Wochenenden auf die Straße zu gehen. Das ist Heuchelei. Dass diese Heuchelei euch nicht auf die Füße fällt, ist euer großes Glück. Dass nicht auf einmal ein großes Aha in der Gesellschaft zu vernehmen ist. Ein Erwachen. Wir werden hier alle gerade gewaltig verarscht. Das ist nämlich eine Gefahr, dass dieser Doppelstandard euch irgendwann auf die Füße fällt und dass er den eigentlich guten Zweck, den ihr habt und verfolgt, diskreditiert. Oder denkt ihr, ein einziger Rassist würde diesen Doppelstandard sehen und sagen, ah ja, jetzt bin ich überzeugt, Rassismus ist voll doof. Oder ein einziger Rassist würde die Plünderungen und Morde oder die Krawalle in Neukölln sehen und sagen, ach ja, sie haben einen Punkt, jetzt bin ich kein Rassist mehr. Und dieser Double-Bind, der lähmt auch, der lähmt uns. Diese Forderung war die ganze Zeit, stay at home. Und jetzt ist die Forderung, geh auf die Straße, wenn du gut sein willst. Wenn ich eines von beiden lasse, bin ich ein schlechter Mensch. Naja, aber diese kognitive Dissonanz hat die Leute noch nie davon abgehalten, sehr überzeugt von ihrer eigenen Rechtschaffenheit zu sein. Das ist Massenhysterie, was hier gerade abläuft. Und dabei kann man gar nicht die Protestierenden an sich verdammen. Die gehen halt dahin, weil sie es für richtig halten. Okay. Verdammen muss man die Verantwortlichen, die sich nicht distanzieren. Von den Krawallen, von den Plünderungen, von den Morden, von solchen Bildern. Es sind durch die Ausschreitungen in den USA bereits mehr Menschen gestorben, als unbewaffnete Schwarze 2020 von der Polizei getötet wurden. Interessiert das irgendeinen von den Demonstranten oder von den Verantwortlichen? Gab es da auch Distanzierungen? Und die Politiker, muss man verdammen, die mit zweierlei Maß messen, wie Cem Özdemir. Wer den Mindestabstand nicht einhält, gefährdet sich und andere, muss durchgesetzt und konsequent geahndet werden. Wichtig, dass heute so viele Menschen in Deutschland auf die Straße gehen. Vielen Dank. Ihr macht mir Hoffnung, dass wir als Gesellschaft stärker sein können, als der Hass und dass wir Rassismus gemeinsam bekämpfen. Und die Medien, muss man verdammen, die diesen doppelten Standard nicht schonungslos entlarven. Das sind wirklich unfassbare Bilder, die Leute eng an eng aneinander gereiht. Keine Spur von Sicherheitsabstand, der da eingehalten wird. Das waren teilweise bis zu 300 Personen, die sich hier auf diesem Vorplatz bei der Albertina aufgehalten haben. Hat man da natürlich zum Anlass genommen, um so richtig ein großes Zeichen zu setzen, eine große Zusammenkunft. Wenn ich den Sicherheitsabstand nicht einhalte, ja, dann kann ich dazu beitragen, dass ich Leben gefährde. Wollen wir eine Politik haben, die die Teilnahme an Demos, deren Existenz, deren Durchführung von der derzeit herrschenden Mentalität abhängig macht? Wollen wir diese Gesellschaft haben? Aber das ist ja auch nichts Neues. Zweierlei Maß ist ja gewissermaßen der zweite Vorname des letzten Jahrzehnts. Aber es hat mit diesen Demonstrationen doch nochmal einen neuen Level der Unverfrorenheit erreicht. Der Offensichtlichkeit auch, ja. Wie man es uns ins Gesicht reibt. Manchmal frage ich mich, womit haben wir diese Realität verdient? Was haben wir nur angestellt in einem früheren Leben? Das ist doch alles ein Scherz. Die wollen uns doch verarschen. Ist das ein Strafplanet hier, wo die Strafe darin besteht, dass man uns täglich verspottet? Kann man sich nicht bitte etwas mehr Mühe geben? Ist das Ganze ein Test, wie viel man mit uns machen kann? Und das Schlimme ist, man hält uns offenbar für total bescheuert. Und wir bestätigen das auch noch, weil wir es mit uns machen lassen. Aber okay, ich bin ja auch selber schuld. Ja, muss ich sagen, ich hatte den Lockdown beendet in meinem Video vor ein paar Wochen. Und jetzt gibt es natürlich diese Versammlung und Kundgebung. Euer gutes Recht, bitte. Dann gilt das eben auch jetzt für alle. Und die Politik und die Medien werden das ab jetzt auch anerkennen. Wie, 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 wie? Untertitelung des ZDF, 2020